ja willkommen zu einem video von ausbreitet nach lange wieder ein normales burss video das letzte video kam zwar auch gut aber das letzte richtige burss video kam vor gefühlt fünf monaten Erstmal, wie ich sehe, hat sich sehr viel getan, sehr viel, der Hintergrund ist anders, ich gehe mit der Boa und ich spiele immer noch lang, wie der Boa ist, macht lang, macht sehr lang. Nach Ultralang, nach Ultralang, jetzt macht Boa das auch wieder mehr Bock, ich muss jetzt mit dem anderen Schmutzhandy spielen. Alter, ich muss nicht rein, ich bin so dumm. Nein, ich kann schon aufdiesen, ich bin immer XP, ey, ey. Ey, ich sag's für XP und EP, ich mein mehr Internet, das laber ich. Seit wann? Und Leute, bin ich gerade gut in der Quarantäne. Ja. Hm, stimmt wirklich. Für den besten, ich bin auf jeden Fall gut in der Quarantäne geworden, das ist lange später. Manja. Okay, der Poa ist lower als der Nita. Denkt er wirklich, der Bär ist gut? Äh. Ich hab auch zum Pim. Guck. Ich bin OG-Spieler, ich bin, wo, ich bin eigentlich auch OG-Spieler und wo ist das eigentlich, ne? Einmal den. 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 Es kommen bestimmt auch nicht mehr so häufig Brutas-Videos, also nur noch so ein bisschen seltener, aber es werden auf jeden Fall immer wieder Brutas-Videos kommen, aber etwas seltener halt. Diesen Brot zu treffen, ist schon schwer, ich habe Angst, wie ein Dreh gerade hier, wie ein Tube da halt, ne? Du musst mal hier, 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 hier,ταιend, hier weg, 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 Hier, hier upstairs, zurück. Die Asphalt Zchi婆 und ich habe zu Hause gehört, gls. ok dann bing 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 THIS SLOW Ich weiß nicht, wie viel Dicks war die Zone eigentlich, 1.000, ja wer ist Fortnite-Besander? Ist das Japaner? Ist das Japaner? Ich gegen den Gewinn schwöre, wenn ich jetzt gegen den Gewinn schwöre, jetzt hätte ich jetzt keine Chance gegeben gehabt, es war Japaner. Es war Japaner. Es war Japaner, ich hätte keine Chance gegeben gehabt, es war in Japan. Es war ein Japaner. Es war ein Japaner, das hätte ich machen sollen. Also 23 Uhr oder früher schon, wenn ich dieses Video habe. Also gut für die Runde bin ich auf jeden Fall geschaut, ich werde nicht gesperrt, dann können nie wieder bloßes Videos auf den Kanal kommen, jetzt im Ernst. Wenn ich gesperrt werde, konnte ich nie wieder bloßes Videos kommen. Es war ein bisschen. 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 Renn, 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 Renn. Nein, Renn. Hat er nicht gemacht. Er hat mein Team mitgetötet. Der Arme. Ich habe aber gewonnen. Ich habe seine Ehre verteidigt. Ich habe seine Ehre verteidigt. Wo ist er denn jetzt? Kampfloch. Ich hatte ihn nicht beidengelig. Komm, noch ein paar Runden schaffen wir. Ja, noch lange mit der Ursatzsorge macht schon ein bisschen Bock. Okay, ich habe jetzt nichts dazu gesagt. Das ist echt was. So viel jetzt wie dieser Typ, der vorhin gleich sein Vorzeitsanlass krank. Frage ist, wieso hält er so viel auf? Einer ist tot. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Okay, der briss eh down, der briss eh gleich down. Let's play. Fuck. Fuck, meine Hörstin, die sind bursch. Genau, wo er ist. Ich habe mal. Okay, ne. Wollen wir noch warten, dass die Zonen näherkommt. Okay, dann warte ich. Weiter. Weiter. Einfach nicht schlimm als er zu werden für mich. Echt schlimm. Das mit dem Match ist die Aufgabe, man schlau. Ich habe gerade keinen Morgen, ich habe nicht durften. Andere Burschen. Leck, du umleckst gerade so. Sag ich gerade, ich mache kurz. Ich bin Hot Spot. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin Hot Spot anmachen. Hey, es läuft so flüssiger. Ja, hey, noch ein Hit, noch ein Hit. Komm. Komm, noch ein Hit, noch ein Hit. Komm. Komm, der heißt Solo, er ist Solo, er ist Solo. Oh mein Gott, der war Solo und ich habe ihn noch gekannt. Ich möchte auf jeden Fall auf diesen Kanal mal Fortnite-Content bringen, das weiß ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich möchte auch noch mal Fortnite-Kommen. Vielleicht bringe ich ja morgen unter dem Video. Ich weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe schon vergessen, ob nochmal spielen zu gehen. Ich bin so dumm. Und ja, ich habe mich so spät entschlossen, ein Burs-Video aufzunehmen. Ich bin sehr schlafen. Ich bin sehr schlafen. Ich bin sehr nieder und töten. Ich bin sehr wirklich schlafen. Ich bin sehr schlafen. Nein! Der Primo ist zu meinem Team betönen. Fuckin' nein! Nein, ich hab mich mitgekoppelt, damit er weiter die Runde spielen kann. Ich hoffe, er wird auch Erster. Ja, die Runde pennt ich doch drei. Ich meinte nicht die Runde, ich meine das Video pennt ich dann auch vielleicht rein. Ich war also später in das Video, damit ich die Gefäße erfülle. Vielleicht. Ja. War ne. Feinkämpfe. Nur gute Feinkämpfe. Ich weiß nicht, bin ich besser geworden oder die Spieler schlechter. Mein Gott, da fehlt einfach jeden Schuss. Fällt jeden Schuss, den er versucht hat, nicht zu hätten. Weiß er da? Bredo drin. Bredo. Oh mein Gott. Puh. Jetzt war's auch knapp. Dann war er. er ist low, 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 oh mein gott ich war so low, ich war so low, hätte er mich einmal angeht, ein hit hätte gefehlt, ich schwöre, ein hit hätte gefehlt. Acht Runden noch, dann hab ich die Quest. Bis 23 Uhr schaue ich die Quest mit und wenn ich dann geht es in so einem Part. Ich habe vergessen, dass Vorrat alle Buhala spielen, das Wort zu setzen, vergessen. Zornig geht schon vorher nicht. Das ist der Gini, wir müssen nicht im Zimmer loslassen. Ah, der ist nicht los, der ist nicht los. Oh mein gott, oh mein gott. Du Arsch, jedenfalls so einen drücken. Decke raus. Isst du mit 10 Cups? Ah, fuck ey. Ah. War klar. Ist ja grün. Vor einem Monat habe ich dann nicht geworfen, was ich gemacht habe. Das ist nicht so lang und nicht so spektakulär. Das ist nicht spektakulär, meinte ich, dass man schon mal in der Hauptkunde. Das ist nicht so lang und nicht so lang und nicht so lang und nicht so lang. Okay, ich renne weg. Nein, danke. Ah. De facto, Rikmusik ab. Ja, da ist die Gegner einfach schlechtern, ist besser geworden, was ist hier passiert. Das ist so low, ne? Nein, ich bin tot. Das ist auch klar, ne? Klar. Es war so klar, einfach so klar, ne? Es war so klar, einfach so klar, einfach so klar, so klar war es. Wenn du uns im nächsten Fall boxen, ein Bruder ziehst, ich schwöre es anders vorher nicht, ne? Ein von dem Urlaub so in einem Boxen und ein Bett passt, ne? Ich werde verkjubseln. Reicht es mir lang? Ja, Karma. Noch fünf Runden. Jetzt noch geht der Poco da unten. Wäre ein Mann, das hat hier. Ah. Ne Poco rennt. Wer hat hier als du? Nein, fuck no. Sorry, sorry, sorry. Okay, ey. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ah, fuck. Ah. Oh, ich hab mal Lust, dass ich auch so die ganze Zeit aufgenommen habe. Okay, noch vier Runden. Schaffen wir noch. Okay, dann macht das Video halt länger. 23 Uhr vielleicht noch. Vielleicht macht das Video noch länger. Das Video geht auch schon ein, das ist so ein langes, kurzes Video, bis seit lange nicht mehr gebracht, ne. Ich sollte mal ein Special-Video bringen, so eine Stunde. Wo ist das? Ah. Ich muss ja weg. Was ist das? Ah. Ah, das ist ein Spiel von vorhin. So schnell bin ich noch nie. So schnell hab ich noch niemandem noch mit der Entscheidung getroffen, umzukehren. Ja. 23 Uhr wird doch nichts. Mit Video-Handeln war das doch noch länger. Ah. Solo. Er ist Solo-Tabri. Er hat 9 Cubes. Das schaffe ich niemals. Doch, ich könnte es schaffen. Ich könnte es. Na, hab ich es schon nicht geschafft. Naja. Was? Äh. Drei Games. Äh. Verschlevele. Und nicht Levels noch 1.15. Du einfach. Ich bin hier. Ich spiel schon seit 23 Minuten. Wieder Burst. Das macht einfach anders. Geburt grad. Lackt's wieder. Ich hab die Immobilien-Hautspots aus in der Nähe. Ah. Ah. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Lackt er noch grad noch. Ausweichen. Hab ich studiert. Wär das. Wär ich jetzt gestummen. Schwöre ich. Ich hab mich nicht so direkt geworfen. Ja. Na ja. Extra Cubes. Extra Cubes. Für mich ehre. Ah. Oh mein Gott. Ich schwöre. Ich hab Ausweichen studiert. Ich hab Ausweichen studiert. Bruder. Ich hab Ausweichen dafür studiert. Bruder. Das ist ja von Anfang an. Ja. Ein ganz einfaches Gespräch von Bruder. Ich wollte dich einfach in mein To-Hit. For-Hit. 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 Ich hab zwei Matches. Ja. Es ist über 23 Uhr. Aber okay. Wir können die nächsten drei, zwei Matches. Sie hat zwei Matches. Drei Matches. Ich weiß gar nicht. Ich hab mich nicht gesehen. Ja. Schnell einen Timelapse machen. Ich muss wieder scaleen. Ah. Wäre das der MC Cube gegönnt hat. Muss ich mal kurz mit mir einen Schaden kassieren. Ah. Kurz Cube, ja. Komm, Poco, komm her. Komm her, Poco. Komm her, Theo. Komm her. Komm. nein nicht das ist aber gut und mir macht grad leid ne wir haben uns gleichzeitig ja gleichzeitig letztes match letztes match und dann wende das video vielleicht auch seit 23 Minuten ist das Video schon im Präsent. So dann geht es noch ein wachsen auf dem Video von mir und Leon aber ok dann hat jetzt auch das letzte match mega welcher Platz ich werde wenigstens ein guter es muss kein guter sein ich könnte auch jetzt theoretisch wenn der Bibi mich holen lassen und die holen können oh mein Gott ich habe ausweichen studiert verstudiert Bruder studiert Bruder studiert Spur für ihn traut zu nehmen oder Spur jetzt oh mein Gott hätte das mit den Schaden zugefügt das wäre so so hart so hart hätte sie mich das geärgert gerade ne ok einmal einfach nur Münzen leider warte aber das ist für nur Münzen gemacht warte komm lass noch wenn das jetzt noch geht ich schwöre ich bin noch bis zur Megabox wenn das noch geht ich bin noch bis zu den 12.000 bis zur Megabox wenn es noch geht wie man jetzt bis zur Megabox noch ich bin noch bis zur Megabox noch ein bisschen glaube ich wenn das geht sonst mache ich wo du 12k Part 1 und wo du 12k Part 2 wenn wir das in einem Video schafft ja auch gell seit 30 Minuten geht das Video fast seit 30 Minuten ich weiß nicht ob das ist einfach der gibt mir einfach so man trin zählen gefühlt in 15.000 immer erster ja ich weiß er hat er drin sein deswegen will ich sie jetzt nicht riskieren ist die die Colette da fast dauernd ist deswegen will ich sie auch wenn es geht mein Gott so knapp ich schwöre ich bin fast so knapp grad ne ich schwöre ich bin ja hingepustet ich hätte so geheult ok komm lass dir lass dir lass dir lass dir lass dir der 9000 ist du dich mein fach ah oder doch nicht ich schwöre wenn wir jetzt das in diesem ich glaub zwar nicht dass wir das in diesem dann muss man das halt morgen zweiten Part machen mit dem Road ok aber die 12.000 Trophäen habe ich nicht verdient wenn man Bursa spielen dann lass ich jetzt Bursa spielen dann kommt die Meldung ich war bannet dann schwöre ich raus komplett oooh ja so lohne ich schwöre hier ich schwöre ich bin kein Gegner wo ich bin so lohne ich schwöre ich bin so lohne hm Jha m jha 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 oh mein Gott oh mein Gott oh mein gott der karte vom stu geholt der stu wird von colt geholt ok ok jetzt tut auch gleich rang 15 der runde ist du rang 15 einer guckt zu herr Ja, ja. Ich schwöre nicht, ich bin so laut, ich schwöre nicht. Ich schwöre, ich schwöre nicht. Oh mein Gott, wie gut ich gerade am Ausweichen bin, ich schwöre. Ich weiß gerade, gefühlt jeden... Ist das nicht der... Das ist der Japaner von Vormitteln Karl, oder? Das ist ja wirklich diesmal nicht. Das ist wirklich diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich habe alle eine Rache bekommen. Und diese... Runde bringt mich zu Sturham 15. Das findet sich raus. Kampflok. Stur... Wo ist er? Das ist er? Das war nicht er, aber okay. Ja, moin. Wenn wir jetzt noch meist drauf hingehen, bist du einfach mit einer der meisten jetzt. Ja, moin. Bist du jetzt einfach mit einer meiner besten Bruder? Ja, ich habe wohl jetzt so lange gespielt. Und es hat uns aus meinem anderen Video, oder lange wird es in anderen Video angemeldet. Und ja... Jetzt weiß ich auch, warum ich besser gewohnt bin. Auf den Hinterwerfen wäre viel bessere Konzentration und so. Oh mein Gott. Krank, krank, krank. Die Runde gerade wieder. Fuck, ey, fuck. Oh, das Riko. Die Dinger hat mich gerade einfach so hart gesaved, ne. Ich schwöre. Ich hätte ihn auch gehen können. Ich hätte ihn auch gehen können, ne. Nein, ich wollte einen neuen Mensch. Ich spiele mit einem Bruder. Ich bin ja auch gut. Ich bin ja auch gut. Ne, Season 2 ist genau bei Spielen. Was ist das? Das ist das 2. Das ist das 2. Wenn es die Chapter hier wieder in Vordern gibt, dann würde ich sagen, Chapter 1 bis Season 2. Dann würde ich den OGs ziehen. Ich habe ja auch schon sogar OG Pins. Jetzt habe ich auch nur meine Nase zu. Ah. Ah. Wow, jetzt ist der Ausbeischkündig. Das ist also okay. Das ist mit dem Road to 12k. Ah, schon egal. Ich habe auch das drüben, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, Leute, ich würde sagen, ich muss das Video leider beenden nach dieser Runde, weil ich mich bitten muss. Dann mache ich noch ein paar Zweifel-Route durch den Zwiftger. Die müssen sich legen. Was für ein OG. Soll es jetzt eine Stunde gehen können? Das ist die Ultima-Soloche, die Bär mich weg, ne? Pff. Das zum Thema ist kein gut. Pff. 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 ist das oh die haben sie so low 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 ja so low für die cube was ich dann sagen pff aaa ok ich würde sagen euer ciao und bis zum nächsten Mal wo man ein paar Seiten von Odos